Hallo ihr Lieben zu Hause! Wie ihr bestimmt mitgekriegt habt, haben wir heute 3-0 gegen Argentinien gewonnen und haben uns jetzt Gott sei Dank auch einen freien Tag verdient, den wir nutzen werden, um die Akkus wieder aufzuladen, um dann am Mittwoch gegen Mexiko voll durchzuziehen. Also seid wieder mit dabei auf sportdeutschland.tv. Wir sehen uns!